Hallo, ich bin Elka. Hallo und ich die Ela. Und wir möchten euch heute zeigen, wie man diese Hose, die ich gerade trage, nähen kann. Wir sind mich ganz begeistert von diesem Modell und ja, da gibt es so ein paar kleine Kniffs und Tricks. Nein, nein. Es ist eine schöne Haaremshose, die schöne tiefe Falten hat, wie die Kamera, glaube ich, gerade schon zeigen kann. Und zwar zwei untereinander liegende Falten. Deswegen kriegen wir nämlich die schöne Weite da rein. Ich mache jetzt mal, ich möchte auch Kate Walk. Und je fließender dieser Stoff ist, desto schöner fällt auch diese Hose. Also deswegen, das ist wichtig, die lebt und fällt durch den Stoff. Was für eine Passe von mir ist, wir müssen die Leibhöhe noch ein bisschen höher machen, deswegen kann ich jetzt das T-Shirt leider nicht hochziehen. Außerdem wollte ich nicht baufrei hier gehen. Wir haben hier vorne eine Passe. Genau. Und hinten kannst du vielleicht auch nochmal... Hinten ist die Passe ein bisschen tiefer und da haben wir halt eben die hohen Hintervorhose angekreuselt, um da halt eben auch die Weite dann zu verteilen. Genau. Also die Weite, die müsste jetzt hier auch noch ein bisschen weiter sein. Das ist unser erster Prototyp und die werden wir aber noch ganz viele Male nähen, weil wir die ganz toll finden. Und dann würde ich mal sagen, wir legen gleich mal los und erklären euch die Details am Schnitt. Genau. So, jetzt haben wir diese schöne Hose an mir gesehen. Jetzt wollen wir mal wissen, wie die geht. Ich habe zu Ela gesagt, sie soll mir die Hose mal in klein gradieren, weil in groß natürlich riesen Teil und dann kann man es oftmals nicht so gut sehen. Wir haben jetzt hier eine 110 zugeschnitten, weil wir auch überlegen, ob wir die für die etwas größeren Mädchen mit reinnehmen. Das ist ein toller Sommerteil. Testen, genau. Das ist ein denkbar ungeeigneter Stoff, aber gut fürs Video zum zeigen. Wir haben ja vorhin schon gerade gesagt, lebt und fällt mit einem weichfließenden Stoff. Hier habe ich jetzt mal so einen schönen Chorchette-Kreppstoff, der ja auch ein bisschen, ich sag mal, einen körnigen Griff hat, wie man so schön sagt und dir einfach wahnsinnig schön fällt. Also deswegen, ja, ihr könnt es natürlich auch aus einem schönen, weichen Viskose-Jersey nähen. Das einzige Fummelige dabei ist dann das Falteneinbügeln. Aber wir zeigen, wie es ist, also wie es geht und dann müsst ihr euch selber überlegen, welchen Stoff ihr euch zutraut. Wir haben hier das Vorderteil. Sieht komplizierter aus, als es ist. Es ist eigentlich gar nicht kompliziert. Vorderteil, wir haben einen Vorderhosenbund, wir haben eine Hinterhose und einen Hinterhosenbund. Das war es eigentlich auch schon. Je nach Hose müsst ihr gegebenenfalls in die Seitennaht dann eine Reißverschluss einarbeitende Naht fallen, weil die... Je nachdem, wie ihr nachgibt, ob man sonst halt wirklich noch eine Weite herkommt. Also der ist jetzt nicht sehr elastisch und ich habe keinen Reißverschluss gebraucht. Aber ja, das können wir jetzt nicht sagen. Naht der ersten Anprobe würde ich dann einfach entscheiden, ob man noch einen Reißverschluss eingeht. Genau. Okay, die Falten habe ich jetzt hier einmal eingebügelt in das Vorderteil. Weil das... Ja, genau. Vielleicht geht die Kamera mal auf die Falte drauf. Wir haben eigentlich zwei Falten, die übereinander genäht werden. Und zwar haben wir eine lange Falte, die dann das hier umgeht, und zwei kurze Falten. Eine, das heißt, die Beine klicken aufeinander. Kann man besser dann an dem Stoff sehen. Ja. Im Endeffekt ist es mich ganz, ganz banal. Ich lege eigentlich in der Mitte von dem Schnitt, bügele ich die Hose um und nähe sozusagen hier einmal die lange Falte ab und hier einmal die kurze Falte. Und ich habe es jetzt schon zwei-, dreimal genäht und finde, die beste Variante ist, nach dem ersten Nähen, also nachdem ich die erste lange Falte abgenäht habe, ist zu bügeln. Und zwar, weil ich dann noch am besten ran, dann komme ich an diese Falte noch sehr gut ran. Das heißt, ich bügele dann die Falte hier aus, dass ich eine Kellerfalte bekomme. Genau. So, das mache ich nach dem ersten Abnähen der langen Falte. So, bügele ich das schon mal vor. Dann nähe ich die zweite ab. Und jetzt, das ist das Fummelige. Die erste ist kein Problem zu bügeln. Das Problem ist, weil ich jetzt an diese nicht mehr so gut, also ja, nicht mehr so gut rankomme. Jetzt muss ich die auch ausbügeln. Das heißt, die Kante, die ich mir vorhin gebügelt habe, muss dann auf die Mitte wieder der anderen Falte treffen. Also diese zwei Kanten treffen nachher aufeinander. Vielleicht kannst du mir gerade mal ein Nädelchen geben, dann kann ich das stecken. Das ist jetzt bei der Baumwolle. Lässt sich das sehr gut zeigen und auch sehr gut bügeln. Bei so einem Jersey-Stopf setzt es schon ein bisschen kniffliger. Und das allerselbe auf der anderen Seite. Das heißt, ich habe hier meine untere Kante und die, also zwei Kanten der Falten, oder Stoffkanten, die aus den Falten resultieren. So, und jetzt habe ich sozusagen zwei übereinander gelegte Kellerfalten. Richtig erklärt? Ja, sehr gut erklärt. Wunderbar. Wir sprechen das ja vorher nicht ab hier. So, und jetzt, wenn ich das noch mal sauber ausgebügelt habe, steppe ich dann rechts und links die beiden Falten zusammen, weil sonst habe ich nach jedem Waschen, habe ich den Spaß der Faltenbügelung und das erspart man sich ja gerne. So, hier habe ich das schon mal getan. Hier habe ich das schon mal festgesteppt und ich habe hier oben die Falte auch schon mal hier an die obere Bundkante angesteppt, weil man dann natürlich gleich besser den Bund annähen kann. Vorher schließe ich noch die Schrittnaht, die ist hier wirklich nur klein, bei denen ein bisschen größer, aber letztendlich nicht diese typisch lange Schrittnaht, weil ich ja die pass habe. So, und jetzt kann die Kamera hier noch mal draufgehen. Jetzt sehe ich das hier schön mit meinen Falten. Ich habe hier praktisch die kleinere Falte innen, die längere Falte innen und die kürzere Falte außen und dadurch habe ich auch diesen wunderschönen Effekt. Ich halte es noch mal hoch, dass man das sieht und das macht die Hose auch so besonders. Ansonsten ist es wirklich ein ganz einfacher Schnitt. Ja, genau. Wenn jemand nicht so viel Weite hat, da haben wir uns noch drüber unterhalten, dann kann er die Weite aus dem Schnitt rausnehmen. Genau, er kann dann einfach hingehen, die Kamera kann es mal zeigen, wirklich die Falte, wie es hier ist, rausnehmen. Je nachdem, wie viel man rausnehmen möchte, ob man die ganze Weite rausnehmen möchte, dann muss man auf jeden Fall mit einem Reißverschluss arbeiten oder vielleicht nur eine schmale Falte. Das heißt, ich kann es wirklich komplett aus dem Schnitt rauskneiten. Also einmal rauskneiten. Ich muss natürlich dann logischerweise... Ne, Quatsch, der bleibt. Genau, hier ist jetzt noch eine Falte drin und das heißt, ich würde nur eine kleine Falte machen oder ich kann auch vorne einkräuseln. Da hat man natürlich eine andere Optik vorne, so wie hinten auch. Genauso gut würde ich auch hinten dann wieder sagen. Wenn ich vorne kneife, auch hinten kneife. Auch hinten kneife, weil sonst hat man so eine hinten viel Weite, vorne wenig Weite. Also angenommen, ich nehme jetzt vorne eine Falte raus, dann nehme ich zweimal die Weite, also das sind jetzt dann acht Zentimeter. Genau, die würde ich hier auch hinten dann zumindest rausnehmen. Genau, kannst auch hier auseinanderschneiden, übereinander legen. Das geht auch. Also hier kannst du auch noch den Schnitt ein bisschen abändern. Du kannst auch die Falten kleiner machen, also ich sage jetzt mal zweimal drei oder zweimal. Also da kann es auf jeden Fall ein bisschen kollegieren. Und dann haben wir, das war es eigentlich auch schon, das komplizierte, wo man ein bisschen knifflig bügeln muss. So, das ist das hier. Wie schon gesagt, dann wird hier die Passe vorne angenäht. Das ist auch nicht schwierig, das machen wir dann gleich. Hinten hast du es ja auch schon soweit vorbereitet, dass wir die Weite eingekräuselt haben. Genau. Kleiner, kleiner Tipp noch. Also es muss ja viel Weite eingekräuselt werden. Das heißt, du kannst jetzt entweder ein Gummiband nehmen und drauf nehmen, also Gummiband auf die Weite von der Passe abmessen, sozusagen auf das ganze Hosenteil annähen, dass es sich zusammenzieht. Ich habe jetzt mal hier ganz klassisch großen Stich eingestellt, nicht verriegelt am Anfang und am Ende und dann kann man hier wunderbar am Unterfaden ziehen. So, wo für Effekt? Ich halte es hier nochmal, damit man den Faden nicht rauszieht. Danke. So, hier kann ich jetzt wunderbar einkräuseln. Und zwar, was dann ein guter Tipp bei der Weite ist, steckt euch die Mitte von beiden Teilen fest und dann könnt ihr links reinziehen und rechts reinziehen. Und dann ist es ein bisschen einfacher vom Größen her, finde ich jetzt. So, das werden wir dann auch gleich an der Maschine annähen. Dann habe ich nämlich eine Hinterhose und eine Vorderhose. Dann werden die zwei Seiten geschlossen und dann zeigen wir einmal noch kurz die Belegverarbeitung, weil die ein bisschen anders ist als üblich. Und dann ist die Hose eigentlich auch schon fertig. Also gehen wir an die Nähmaschine. Gut. Okay, jetzt sind wir hier an der Nähmaschine. Wir haben jetzt die ganze Weite eingekräuselt und auch schon mal ein bisschen festgesteckt. Ich mache es immer so, dass ich das gekräuselte dann jetzt an der Nähmaschine nach unten lege, weil dann der Transporteur auch wieder ein bisschen mir helfen kann. Und ich kann es noch mal ganz gut nachschieben auf die passende Weite. Mit der Hand kannst du da auch mal ganz gut reingehen. Das ist auch so ein ganz guter Tipp. Das ist eigentlich immer noch ganz gut. Ja, wir haben eine neue Maschine. Genau, jetzt ist wieder was anderes hier. Wir müssen uns alle dran gewöhnen, aber die ist super. Guck mal, hier kannst du deine Nähgeschwindigkeit einstecken. Guck mal, hier kannst du deine Nähgeschwindigkeit einstecken. Guck mal, ob man das verstehen kann. Sehr gut. Und dann kann man hier mit der Weite nämlich auch noch ein bisschen... Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Nadeln. Genau, die große geht nicht durch. Das sind ja meine Lieblingsnadel. Deine ja, meine nicht so. Die sind im Endtacken zu groß. Okay, jetzt haben wir hier die große Passe an die hintere Hose angenäht. Dann gehen wir jetzt an die Vorderhose. Dankeschön. Und schließen die Schritten. Und schließen hier das kleine, süße Nähchen. Und dann wird hier die Passe sozusagen hier einmal draufgenäht. Genau. So. Und das ist ja nie gehabt bei allen anderen Passen auch. So. Vorderhose mit Passe. Hinterhose mit Passe. Jetzt gehen wir hin. Wir können alles schließen. Die Seitennähte und auch die Schrittnaht. Genau. Zeigen es mal an einer Seite. Eine Seite lassen wir offen, weil wir hier vielleicht einen Rassenschuss anarbeiten müssen. Beziehungsweise ist ein Musterteil. Wir wollen ja wissen, wie sie passt. Und dann muss das Kind noch reinkommen. So, wir haben jetzt eine Hose gemacht. Wir haben es jetzt doch geschlossen, weil man es besser zeigen kann. Und... Vorderhose. Hinterhose. Und jetzt haben wir hier die Passe auch schon zusammengenäht. Die vordere und die hintere Passe. Und die wird jetzt rechts auf rechts. Steckst mal da rein. Da rein. Und die da rein. Und jetzt wird oben einmal entlang der Naht geschlossen. Ist auch noch kein Hexenwerk. Ne. Ich habe die jetzt hier mal schon schön versäubert und oben und unten. Und jetzt sehen wir uns gleich und dann zeigen wir den letzten Schritt. Gut, wir haben jetzt hier die Overlock genommen. Könnten natürlich jetzt aber auch genauso gut die normale Maschine nehmen. So, jetzt haben wir hier die Passe. Die stecken wir nach innen rein. Bügeln die aus. Wir könnten zuvor noch flach steppen. Je nachdem aber Flachsteppen auch wieder bei elastisch aufpassen. Mit dem elastischen Stich dann flach steppen logischerweise. So, jetzt drehen wir die Hose einmal kurz auf die andere Seite. Dann können wir das besser zeigen. So. Da wir jetzt ja zwei verschiedene breite Belege haben. In diesem Falle. Würde ich jetzt hingehen hier einmal einschneiden. Wenn wir das nämlich schön auseinander gebügelt haben das Ganze. Ist natürlich vorher auch noch entsprechend versäubert. So. Ja. Zentimeter. Oh, siehst du. Gute Schere mit Spitzen sind wichtig. Weil das ist jetzt Risiko. Ja. So. Sehr gut. Und dann, wenn wir das dann nämlich hier auseinander gebügelt haben. Hätten. 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 Von außen dann sozusagen noch einmal hier in Nahtschatten steppen. Deswegen haben wir die beiden in der gleichen Breite. Man könnte sonst jetzt auch hier weniger schneiden. Dass wir die gleichen Breiten haben wie vordere Passe und hintere Passe. Aber je nach Stoff ist dann so eine Sache, dass sich das dann hier vielleicht auch durchdrückt. Deswegen haben wir gesagt, wir machen beide Passe in der gleichen Breite. Genau. Und ich habe das jetzt bei meiner Hose da jetzt auch gemacht. Also praktisch hier im Nahtschatten gesteppt. Vorher alles gut feststecken, dass sich da nichts verschiebt. Und gebügeln. Gut bügeln, ja. Gerade bei elastischen Stoffen. Und dann ist das kein Hexenwerk. Wenn jemand hier jetzt einen Nahtfeinreißverschluss einarbeiten möchte, gibt es ein Grundkursvideo mit Belegverarbeitung. Die ist hier dann auch gleichbleibend. Verweisen wir in der Videobeschreibung darauf hin. Ja, und dann gucken wir mal, ob die den Kindern passt. Schaut mir jetzt auf den ersten Blick sehr hoch aus. Aber wir werden es passend machen. Noch ein paar Mal nähen und dann ist diese wunderschöne Haremshose fertig. Und wir hoffen, dass ihr da Spaß bekommen habt, die mal zu nähen. Wir haben es zumindest. Ja, genau. Tschüss.